Hallo meine Damen und Herren, mein Name ist Olaf Müller-Michaels, ich bin Professor für Wirtschaftsrecht an der FOM-Hochschule und schließe heute meine Videoserie zum Thema Richtiges Zitieren ab. Nachdem wir uns in den ersten drei Teilen damit beschäftigt haben, wie man konkret Gesetze, Rechtsprechung und Literatur zitiert, möchte ich heute noch ein paar allgemeine Hinweise geben. Die Mindmap können Sie wie immer herunterladen, ich werde den Link dann unter das Video setzen. Okay, als erstes vielleicht mal das Wichtigste, denn ich sehe ganz viele wissenschaftliche Arbeiten, Bachelorarbeiten, Hausarbeiten, Seminararbeiten, in denen unheimlich viele Internetquellen zitiert werden. Und das kann ich auch irgendwo verstehen, weil das natürlich leicht ist, die aufzufinden, indem man einfach Google anwirft, aber trotzdem sollten Sie sich Mühe geben, wenn Sie eine wissenschaftliche Arbeit schreiben und möglichst wenig Internetquellen benutzen. Denn Internetquellen haben Probleme. Sie sind flüchtig und sie haben meist auch selbst keine Fußnoten oder Quellennachweise, jedenfalls nicht welche, die so konkret sind, dass man nachvollziehen kann, wo die Internetquellen, also wo die Internetquelle ihre Weisheit jetzt genau her hat. Das heißt, Internetquellen wirklich nur in Ausnahmefällen verwenden. Vielleicht noch mal zur Klarstellung. Backonline und Juris sind keine Internetquellen, denn diese juristischen Datenbanken enthalten ja selbst wiederum wissenschaftliche Werke. Die meisten davon sind sogar in Printform verfügbar, sodass sie wie Printwerke zitiert werden. Aber auch Backonline Kommentar oder so, der ist praktisch wie ein Printwerk. Das würde man jetzt nicht als Internetquelle bezeichnen. Also da müssen Sie keine Sorgen haben. Das ist das, was ich erwarten würde, dass Sie eben aus Backonline und aus Juris heraus, wenn ein Juris verfügbar ist, dass Sie die Quellen, die dort vorhanden sind, zitieren. Bei der Rechtsprechung ist das natürlich so, dass Sie die viel im Internet auch kostenlos finden. Auch das ist dann keine Internetquelle, wenn Sie die Rechtsprechung aus über das Internet zitieren. Okay, formal Fußnoten werden im Text nach dem Punkt gesetzt, wenn sich die Fußnote auf den ganzen Satz bezieht. Das ist auch ein häufiger Fehler, dass die Fußnoten dann vor dem Punkt gesetzt werden bei dem Satz. Das ist aber nicht richtig. Wenn Sie Fußnoten in einem Satz, also vor dem Punkt setzen, bezieht sich die Fußnote nur auf diesen Satzteil oder auf das Wort. Wenn Sie eine Aussage, und das ist ja meist so, dass Sie einen Gedankengang übernehmen und dann der ganze Satz diesen Gedankengang wiedergibt, dann muss die Fußnote nach dem Punkt gesetzt werden. Auch Fußnoten und Einträge im Literaturverzeichnis enden immer mit einem Punkt. Vergessen Sie den Punkt nicht. Ich habe auch schon in meinem Video zum wissenschaftlichen Arbeiten darauf hingewiesen, dass das Prinzip der Gründlichkeit verlangt, dass man eben nicht nur eine Quelle auswertet, sondern dass man mehrere Quellen auswertet, wenn man bestimmte Thesen darstellt. Und die Fußnoten können und sollen deswegen regelmäßig mehrere Quellen zu ihren Aussagen enthalten, gerade wenn das eben besonders kritische oder strittige Aussagen sind. In der Rechtswissenschaft gibt es ja viele Meinungsstreits. Und wenn man zu den Meinungsstreitigkeiten immer nur eine Quelle darstellt, dann ist das nicht richtig. Wenn man da mehrere Quellen hat, dann werden diese Quellen durch ein Semikolon getrennt. Außerdem ist zu beachten, dass Sie immer die Rechtsprechung vor der Literatur zitieren. Also selbst das Amtsgericht so und so, wobei wahrscheinlich zitiert man die selten, aber auf jeden Fall Gerichte immer vor der Literatur. Gucken wir nochmal ins Literaturverzeichnis. Im Literaturverzeichnis sind die Nachnamen, da hatte ich auch schon öfter Probleme gesehen, dass nämlich gefragt wird, wie ordentlich das Literaturverzeichnis ist. Das Literaturverzeichnis ist nach Nachnamen der Autoren oder Herausgeber, also normalerweise Nachname des Autors. Wenn es ein Mehrautorenwerk ist, das von einem bestimmten Herausgeber herausgegeben wird, zum Beispiel Kommentare, dann ist der Herausgeber relevant für die Reihenfolge, in der das auftaucht. Und bei manchen Kommentaren ist es auch so, zum Beispiel beim Münchner Kommentar, da ist der Name so eingeführt, dass dir der Münchner Kommentar unter M aufzunehmen. Da sind die Regeln jetzt nicht ganz streng. Wenn Sie den Münchner Kommentar nach dem Nachnamen der Herausgeber oder Redakteure aufnehmen, ist das auch kein großer Fehler, aber es ist halt unüblich. Dann nochmal, das ist anders als in der BWL, im Literaturverzeichnis wird nicht nach verschiedenen Kategorien unterteilt. Ich weiß, dass der BWL-Leitfaden an der FOM dazu eine andere Aussage enthält, deswegen ist das jetzt auch kein schwerer Fehler, wenn Sie das machen, führt nicht zur Abwertung. Aber in juristischen Arbeiten ist es unüblich, die Quellen, die Literatur in verschiedene Kategorien wie Kommentare, Fachaufsätze, Monografien zu unterteilen. Eine Ausnahme gibt es. Internetquellen sind separat aufzuführen. Zu den Internetquellen habe ich aber gerade ja schon was gesagt. Die sollten Sie wirklich sparsam einsetzen. Und gerade wenn Sie die erste Hausarbeit schreiben, bemühen Sie sich vielleicht überhaupt keine Internetquellen zu verwenden. Ihr Korrektor wird es Ihnen danken. Im Literaturverzeichnis, und darauf bin ich ja sehr intensiv eingegangen in dem Video über die Literatur, müssen Sie bei Kommentaren, Handbüchern, Lehrbüchern und Monografien, also bei allem außer Fachaufsätzen, eine Kurzzitierweise definieren, die dann wiederum in den Fußnoten verwendet wird. Ich habe diese Kurzzitierweise Ihnen ja vorgestellt. Das wird dann immer dadurch erreicht, dass man erstmal die bibliografischen Angaben macht und danach in Klammern zitiert, Doppelpunkt und dann die Kurzzitierweise definiert, die man dann in den Fußnoten verwendet. Manchmal sehe ich auch, dass im Literaturverzeichnis akademische Titel aufgeführt werden oder andere Namenszusätze. Das ist falsch. Also das Literaturverzeichnis darf keine akademischen Titel oder andere Namenszusätze enthalten. Wichtig ist auch, und deswegen habe ich das hier mit einem Ausrufezeichen versehen, Einheitlichkeit. Das heißt, Sie müssen die gleiche Kurzzitierweise überall verwenden. Gerade wenn Sie jetzt ein Werk im Literaturverzeichnis in einer bestimmten Art und Weise definiert haben, dann verwenden Sie diese Zitierweise einheitlich in allen Fußnoten. Machen Sie nicht mal dies, mal jenes. Das ist das wichtigste Gebot hier bei der Wissenschaft, also bei den formalen Vorgaben, dass Sie die möglichst einheitlich oder was heißt möglichst, dass Sie die Einheitlichkeit beachten. Das geht dann auch zusammen mit dem nächsten Punkt, nämlich Sie können schon auch ein bisschen von diesen, Sie werden das sehen, wenn Sie verschiedene juristische Zeitschriften oder Kommentare angucken, dann unterscheidet sich die Zitierweise in Details. Und da werden jetzt manche unsichere Fragen, ja, ist das denn auch richtig? Wieso? Hier steht das doch so. Es gibt in der Rechtswissenschaft keine komplett einheitliche Zitierweise für den Münchner Kommentar zum Beispiel. Gibt es nicht für die Kurzzitierweise. Da wird Myko verwendet, Münch, komm, Münchner Kommentar. Manche schreiben den Autor davor und schreiben dann Komma in, andere machen einen Schrägstrich. Also all diese Abweichungen, wenn Sie dann zum Beispiel anstatt einem Schrägstrich einen Gedankenstrich machen, dann ist das kein Problem, wenn Sie das einheitlich verwenden. Also seien Sie jetzt nicht so in Sorge, dass Sie bei irgendwelchen Abweichungen im Detail einen schweren Fehler begehen. Einen schweren Fehler begehen Sie nur dann, wenn Ihre Fußnote oder Ihren Eintrag im Literaturverzeihtes nicht so präzise ist, dass man genau erkennt, von wo Sie die Quelle übernommen haben. Das ist der eine schwere Fehler. Und der andere ist, wenn Sie die Einheitlichkeit nicht wahren. Wenn Sie sich für eine Sache entscheiden, müssen Sie doch in Ihrer ganzen Arbeit durchziehen. Zum Schluss möchte ich Ihnen noch Literatur ans Herz legen. Und zwar gibt es zwei Werke, die in diesem Zusammenhang wirklich nützlich sind. Ich fange mal mit dem zweiten an. Das ist etwas, was ich auch den FOM-Studierenden ja immer empfehle. Kostet 10 Euro, ist von Putzke, juristische Arbeiten erfolgreich schreiben. Inzwischen schon die sechste Auflage. Ein sehr, sehr sinnvolles Werk. Becksche Kurzreihe. Ich kann hier draufklicken, dann können Sie das auch sehen. Und dann hier haben wir das auch gleich. So, juristische Arbeiten erfolgreich schreiben. Das ist eine gute Investition. Es soll jetzt auch sogar eine siebte Auflage kommen. Kann ich sehr empfehlen. Vor allen Dingen ist es deswegen empfehlenswert, weil in diesem Werk auch eine Musterhausarbeit enthalten ist. Und zwar sowohl eine Verlösungsmusterhausarbeit als auch eine themenorientierte Musterhausarbeit, wie sie zum Beispiel an der FOM häufiger geschrieben wird. Während an Universitäten, Staatsexamensprüfungen, da sind ja dann die Fallhausarbeiten üblich. Das beide hatte Herr Putzke berücksichtigt. Von daher auch, da kann man immer noch mal gucken, ja, wenn man im Detail unsicher ist, wie hat der das denn gemacht? Sehr sinnvoll. Und das zweite Werk, das ist das, was ich hier oben aufgeführt habe. Das ist von Möllers, juristische Arbeitstechnik und wissenschaftliches Arbeiten. Das geht weit noch darüber hinaus über den Putzke. Sehr viel umfangreicher und enthält auch Abschnitte zum juristischen Argumentieren. Ein wirklich hervorragendes Buch für die FOM-Studierenden, die gute Botschaft. Sie sehen jetzt hier eine rote Ampel. Diese rote Ampel schaltet sich auf grün für die FOM-Studierenden, weil wir das Werk für sie lizenziert haben. Das heißt, wenn sie den Link aufrufen auf der Mindmap, dann können sie auf dieses Werk elektronisch zugreifen und zwar im Volltext. Das ist alles verfügbar. Sie können das elektronisch lesen. Einzige Voraussetzung ist, dass sie sich im VPN der FOM befinden. Dann können sie dieses Werk also auch benutzen. Wirklich sehr zu empfehlen, diese beiden Bücher, wenn sie sich hierfür weiter interessieren. Damit kommt meine Videoserie zum richtigen Zitieren ans Ende. Ich hoffe, dass ihnen das was gebracht hat. Dann sehen wir uns bei einer neuen Serie demnächst wieder. Bis dahin alles Gute und wenn sie Fragen haben, gerne in den Kommentaren posten. Auch wenn sie Anregungen haben für weitere Videos, würde mich auch sehr freuen. Dann schreiben sie es einfach in die Kommentare. Ansonsten natürlich, ich sage das nicht so oft, aber wäre super, wenn sie den, wenn sie den Kanal abonnieren würden. Das würde mir, würde mich sehr freuen und hilft mir auch weiter und zeigt mir, dass die Videos auch ankommen. Bis dann, alles Gute und